Hallo, wieder einmal von der Reinhold-Meyer-Stiftung und Friedrich-Naumann-Stiftung in Stuttgart. Wir hatten gerade eben eine ganz spannende Veranstaltung mit Katja Suding, Andreas Glück und Pascal Kober zum Thema Vereinbarkeit in Metzingen. Und ich freue mich ganz besonders, dass ich heute unser Verwaltungsratsmitglied Andreas Glück hier neben mir habe, der einen kurzen Ausblick auf unser Programm im Februar geben wird und ein besonderes Highlight im Februar ankündigt. Ja, liebe Jörner, vielen herzlichen Dank. Also heute war wirklich eine ganz, ganz tolle Veranstaltung. Unglaublich viele Leute gekommen, wie so oft, wenige angemeldet und dann am Schluss war die Bude doch noch richtig voll. Und jetzt wollen wir euch die Chance geben, dass sie sich einfach auch anmelden für eine andere Veranstaltung, die am 20. Februar in Stuttgart im Spitalhof stattfinden wird und zwar um 19.30 Uhr zu dem Thema bleibt Donald Trump. Also auch große weltpolitische Fragen bei der Reinhold-Meyer-Stiftung und ich hoffe, wir sehen uns dort. Vielen Dank und wir sehen uns wieder im März.